Kathleen Gaty ist eine kanadische Schauspielerin, Leben und Leistungen. Gaty hat ungarische Vorfahren. Ihr Vater war Dirigent, ihre Mutter Opernsängerin. Sie lernte Schauspielkunst in New York City. Gaty debütierte im Kriminalfilm Die Frau mit der 45er Magnum von Abel Faara aus dem Jahr 1981. In der Komödie Für Immer Lulu war sie an der Seite von Hannah Shigula, Deborah Harry, Alec Baldwin und Annie Golden zu sehen. Im Musical Creating R.E.M. Leser spielte sie an der Seite von Jack Mulcahy eine der größeren Rollen. Für die Rolle im ungarischen Filmdrama Goldberg war Ria Kocke Van Gaty im Jahr 1993 den Hangirien Film Critics Award. Im ungarischen Dokumentarfilm Mastinists New S.A. Hallal trat sie als sie selbst auf, wofür sie 1995 einen Preis des Festivals Hangirien Film Week erhielt. In der Krimi-Komödie Der Himmel von Hollywood spielte sie an der Seite von Tom Berengar, Rod Steiger und Bert Reinholds. Im Jahr 2003 gründete sie ihr eigenes Produktionsunternehmen Gaty Arts Productions. In der Komödie The Elder Saint verkörperte sie eine Tante von Lolita. Filmografie 1981 Die Frau mit der 45er Magnum 1987 Für Immer Lulu 1989 Creating R.E.M. Leser 1992 Goldberg war Ria Kocke 1993 A.S.N.I.S.N.I.S.N.E.S.A. Hallal 1994-1995 Patika 1998 Die Falle 1999 Jakob der Lügner 2001 Der Himmel von Hollywood 2002 Igby 2003 Wer ein has forgotten us 2004 Meine Frau ihre Schwiegereltern und ich 2006 The Elders an 2006 zu 2007 24 2007 Trade Willkommen in Amerika 2008 Kamen Rider Dragon Knight